Verlegen wir, ob ich nicht habe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 rader da unten sehe ich gerade wieso ist denn das ein plus ist der verletzt oder wieso ist das rader da unten also ist ein plus auf dem rader da steht noch richtig da steht richtig kommen jetzt 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 in vorne langsam kommt ja du kannst halt einfach nicht alleine vorne stehen muss immer ein gegner vor dir sein warte mal wieso ist denn der hier so ist der verletzt steht aber hier nichts hier hadoken ja wer wollte die informationen über den a server die sind aber jetzt vier stunden dauern wo vier stunden dann hast du ja zeit und kannst mich vier stunden im raid call besuchen in meinem privatraum das ist der ballgags so gibt es auch einen ball und gott alles klar alles klar weiß ich bescheid hier ist dass der ball ist das plus ist der ball ok sorry leute ok jetzt kommen die ganzen einzelnen erklärungen da war hör auf auf geht's hier immer noch schüchter nichts gibt ich locker dich schon auf immer diese ausreden ich bin genauso schüchtern da kann man ja übers reiten wenn das spiel das nächste mal unterbrochen wird steht wohl ein wechsel bei den gästen also ich hab das gefühl da ist unsicherheit wenn die nervosität ist bis hier oben zu spüren das fahrzeug das mit dem hins ja natürlich ich bin 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 fahrzeug ich bin aber alles freunde ist doch hier wie in arena oder nicht hier habe ich auch gespielt in arcades ist ja auch in der arena hier die gags reiten die nervosität ist hier oben zu spüren mensch gags jetzt verraten dies sogar die kommentatoren achte besser darauf höre ich doch gar nicht hier auf den wolf-dieter poschmann ich freue mich doch gleich auf die red call begegnen weiste kann ich mich gar nicht mehr konzentrieren ich kann mich auch um tss besuchen ok also und jetzt robin von bercy ein schulde jungen jetzt kämpfen sie um den ball steinert Wow, wie der Controller vibriert hier. Und hier nochmal die Aktion von vorhin, das war wirklich knapp. Ich weiß nicht, ob du so schnell Punkt, Punkt, Punkt bist, bin ich dem TS, okay? Das sind nur zwei Möglichkeiten, entweder Red Color oder TS. Die dritte Möglichkeit, gar nicht, gibt es ja gar nichts. Und das glaube ich nicht, wie kann er den denn so versemmeln? Und hast du die bösen Blicke der Mitspieler gesehen? Der Geil, sie wird es sowieso nicht verstehen. Das ist so wichtig gewesen, aber wir sehen es, haarschhaft vorbei. Nee, tu ich auch nicht. Dann passt ja dann. Dann lasse ich dir deinen Frieden hier. Ich stelle ein paar Körbe auf hier wieder. Ich stelle ein paar Körbe auf hier. Und jetzt Robin van Persie. Und da ist ja keiner. Wartenschmarrn, Wartenschmarrn. Achso. Egal, ich stelle trotzdem ein paar auf hier. Der Kopf war doch gar nicht für dich, okay? Na dann habe ich ja noch Hoffnung. Du hast ja Rechts rein, ne? Also der Chat geht immer noch nicht hier und Stream, aber ihr seht ja, er kann nicht connecten. Das kennt ihr ja vielleicht. Es ist ja ziemlich viel los momentan. Hummels. Das ist kein Problem von Trebelkunst oder Kampfer. In love with Twitch Thanks for the follow, appreciate it Have fun and greetings from Munich, Germany Wherever you are in this whole wide world Weil einige auch nicht wissen was ein Torwart ist Torwart ist doch der der immer Tore schießt oder nicht? Deswegen ja Tor Hat der Name ja Tor Tor im Namen Irgendwie dieses göttliche Räume Oh nee Wie schieße ich den Elfmeter Das kann Folgen haben Der Ball geht neben das Tor Ja lol Wenn man mir nicht erklärt Also halten haben sie mir ja erklärt irgendwie so Shit Er war doch dran Jetzt wird er sich ärgern Pech Einfach Pech Oh Oh Um Gags war es noch weniger als Frauen Und der hat er verschaffen Der Druck, der Druck, der war vielleicht zu groß Wahnsinn Geht Das wird dann next Das wird dann in der Zeit My friend Das wird dann was Und das wird dann Dann ist er Das ist ein Elfmeterschütze. Kein Problem. So musst du einen Elfmeter schließen. Gibt es denn einen besseren Elfmeterschütze? Wie der das gemacht hat. Ganz souverän. Ohne jedes Problem. Oh, das war zu hoch, ja. Schau, dass der Strich unten bei Grün ist. Und mit diesen Bildern darf ich mich von Ihnen verabschieden. Tschüss. Ist dann in die Richtung. Only one that cause I have work in two hours. Okay. It is enough time, sorry. Wie sieht es aus mit der Waderschlange? Das Problem ist, man kann keine Chars mehr erstellen, Ria. Man kann keine Chars mehr erstellen. Es ist vor allem, ich kann keine Chars mehr austellen. weil ich es bei der Dritte 5000 Wein Adventist. Vielleicht hat er noch nicht geflogen. Ich bin schon auf die Ria. Ich bin schon bei der Dritte die Hände. Ich bin schon bei der Dritte. Ich bin schon bei der Dritte. Ich bin schon bei der Dritte. Ich bin schon bei meiner Ditte. Ich bin schon bei der Dritte nicht. Enjoy the show, have fun and greetings from Munich, Germany, whatever you are in this whole white world.